Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Woher haben Sie dieses Buch? Woher haben Sie dieses Buch? Die Fragen stelle ich. Wissen Sie denn, wer dieser Mann ist? Naja, ein alter Mann. Er hat unsere Sache verraten und verkauft. Hier druckt Ihnen ja kein Schwein. Wir werden nicht dulden, dass so ein Verräter in den Schmutz zahlt, wofür Millionen... Haben Sie es gelesen? Sie können gehen. Moment! Ab sofort verbiete ich diese Reklame-Tüten in unserem Haus. Wenden Sie sie um! Michael Wagner! Sie können gehen. Ich will Ihre Eltern sprechen. Die Sekretärin gibt Ihnen einen Brief. Ich schicke meine Verwandtschaft schon her. Keine Panik. Raus! Unsere Menschen interessiert nicht, was Katzen kaufen würden.